Yo, ich bin der Yannik von Gorilla und heute zeige ich euch den Six Step. Am Anfang gehen wir erstmal in die Hocke. Dann gehen wir mit den Händen auf den Boden und gehen in die Liegestützposition. Dann kicken wir mit dem linken Fuß hier durch. Mit dem rechten Fuß gehen wir dann hier ins Knie rein. Dann gehen wir wieder in so eine Grundstellung und wechseln da die Arme. Dann kicken wir mit dem, also mit dem Knie hier, da rein und der geht raus. Und dann können wir ganz einfach wieder in die Grundposition. Six Steps sind ja sechs Schritte und die gehe ich jetzt mit euch nochmal durch. Also, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, Schritt 6. Yo Leute, das war der Six Step. Habt Spaß beim Üben und am Anfang ist er noch ein bisschen schwer, aber ihr kriegt das schon hin. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet und ob ihr den Six Step hinbekommen habt. Ciao! Bis zum nächsten Mal!